Wenn du einen YouTube-Kanal für deinen Business hast oder wenn du so einen Kanal aufbauen möchtest, dann gibt es einen gewaltigen Fehler, der dich richtig viel Umsatz kostet. Damit du ihn nicht machst, gibt es dieses Video. Wenn du einfach mal so ein bisschen googlest, wie baut man denn einen erfolgreichen YouTube-Kanal auf, dann findest du da richtig viele Anleitungen in Blogs und meinetwegen irgendwelche YouTube-Tutorials, in denen das Business kleinste Detail erklärt wird. Und natürlich, also viele der Anleitungen, die sind einfach nicht sonderlich gut und die funktionieren teilweise auch nicht. Da sind schlechte oder veraltete Tipps drin. Aber im Großen und Ganzen, wenn du dir diese Informationen alle suchst, dann kannst du da schon tatsächlich mit diesen Informationen, die du kostenlos findest, einen YouTube-Kanal aufbauen, der im Laufe der Zeit dann natürlich auch eine gewisse Reichweite aufbauen kann. Und vielleicht kannst du dir dann auch irgendwann mal so einen Award von YouTube beantragen, weil du 100.000 Abonnenten erreicht hast. Aber das große Problem daran ist, dass Reichweite auf YouTube, 100.000 Abonnenten, die machen nicht reich. Die bringen dir nicht zwingend Umsatz. Weil was bringt es dir, wenn du, mein Lieblingsbeispiel, wenn du einfach dir hunderttausende Klicks sammelst von irgendwelchen Schulkindern, wenn du aber eigentlich Anti-Faltencreme verkaufen willst. Das bedeutet, es bringt dir gar nichts, wenn irgendwelche Leute deine Videos angucken, die ohnehin niemals Kunden bei dir werden. Machen wir ein ganz konkretes Beispiel. Sagen wir mal, du hast jetzt ein Coaching-Angebot oder vielleicht eine Agenturdienstleistung und du richtest dich jetzt an eine B2B-Zielgruppe, Immobilienmakler. So, davon gibt es jetzt, lass es 60.000 sein in Deutschland. Wie sollst du denn da einen YouTube-Kanal aufbauen mit 100.000 Abonnenten? Das geht ja gar nicht. Also, weil es gibt ja nur 60.000 dieser Leute, außer du kriegst auch Abonnenten, die einfach außerhalb deiner Zielgruppe liegen. Also, die nichts mit deinem Angebot zu tun haben, die niemals bei dir Kunden werden. Und das führt tatsächlich zu Problemen, weil diese Leute, die gucken deine YouTube-Videos, die finden dich vielleicht sympathisch und dann tragen die sich auch auf deiner Seite ein, wenn du vielleicht Beratungsgespräche anbietest. Und dann wirst du feststellen, das sind aber alles irgendwie die falschen Leads. Die passen gar nicht zu mir. Die haben entweder kein großes Interesse an meinem Angebot, die sind komplett aus meiner Zielgruppe raus, die können sich mein Angebot gar nicht leisten. Also, alle diese Probleme hängen dran, wenn du deinen Kanal auf Reichweite optimierst. Ganz konkret bedeutet das, wenn du dir diese Anleitungen anschaust zum Aufbau eines YouTube-Kanals, dann ist es egal, wie viel Zeit, Geld, Mühe, Ressourcen, was auch immer, du in diesen Aufbau des Kanals reinsteckst. Am Ende des Tages ist er einfach fehloptimiert. Er geht an deiner Zielgruppe vorbei, er bringt dir nicht die richtigen Leute. Und da hängen dir dann Folgeprobleme dran. Und zwar, diese Interessenten, die sich dann melden über deinen fehloptimierten Kanal, die landen ja dann trotzdem bei dir in deiner Sales-Pipeline. Falls du ein CRM benutzt, vielleicht auch, falls du Vertriebsmitarbeiter hast oder selber alle Calls machst, spielt eigentlich keine Rolle. Kriegst du auf einmal lauter Leads, die müssen ja abtelefoniert werden. Also, verursachen Arbeit, aber sie sind nicht in deiner Zielgruppe. Das heißt, sie verursachen nur Kosten für dich. Das heißt, du hast Kosten im Aufbau des YouTube-Kanals und du hast dann Kosten, diese ganzen schlechten Leads wieder auszufiltern. Also, es macht überhaupt keinen Sinn. Darum ist es ganz wichtig, schau nicht auf diese Anleitungen zum Aufbau, zum YouTube-Kanal-Aufbau, die du so im Internet findest. Es spielt keine Rolle, ob das jetzt von einem Coach ist für YouTuber, der irgendwelche Tipps gibt oder ob das jetzt von jemandem ist, der sagt, er hat für MrBeast gearbeitet. So, es bringt dir einfach nichts, diese Unterhaltungsvideos zu machen, virale Unterhaltungsvideos, wenn du wirklich einfach nur gute Leads über deinen Kanal gewinnen willst. Und wie genau das funktioniert, dass du einen Kanal aufbaust, der dir tatsächlich regelmäßig hochwertige Leads bringt, die mit dir einfach arbeiten wollen, die bei dir kaufen wollen, die einfach zu dir und deinem Angebot passen, dann können wir dir das einfach ganz genau zeigen. Mach dir dazu einen Termin aus für eine kostenlose YouTube-Beratung auf logicalemon.de und dann hören wir uns. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal.